Hallo und willkommen bei Hardware Rat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 5, 2016. Es besteht eine Chance, dass die Marke Colorful auch bald zu uns kommt. Die Marke Colorful erinnert zwar stark an Powercolor, hat aber nichts mit Powercolor zu tun. Colorful verkauft nur in China und ist dort auch Marktführer bei den Grafikkarten. Sie haben aber auch Mainboards im Angebot und auch ziemlich gute Mainboards. Grafikkartentechnisch sind sie aber nur Bordpartner von Nvidia. Jetzt möchte Colorful nach Südostasien expandieren, unter anderem nach Thailand und Vietnam. Allerdings prüfen sie auch, ob sie noch nach Osteuropa und Indien expandieren wollen. Wenn Colorful dann weiter expandiert, könnten Grafikkarten und Mainboards auch zu uns kommen. Intel ist gegen das BCLK-Overclocking. Ich habe ja schon ein Tutorial darüber gemacht, wie man Skylake-Prozessoren ohne K-Suffix übertakten kann. Dagegen möchte Intel wohl nun vorgehen. ASRock war der einzige Hersteller, das das Übertakten ohne K-Suffix beworben hat. Und auch zeitgleich der erste Hersteller, der es mit einem neuen BIOS-Update wieder verbietet. Kann gut sein, dass es eine Art Strafe war von Intel dafür, dass sie es so arg beworben haben. Andere Hersteller machen es nämlich nur stillschweigend. Intel selber hat Bedenken, was das BCLK-Overclocking angeht. Wegen den negativen Effekten, wie zum Beispiel, dass man die Temperatur nicht mehr auslesen kann, die IGP nicht mehr benutzen kann oder es scheinbar eine mangelnde Stabilität im Dauerbetrieb geben kann. Was Intel damit natürlich eigentlich meint ist, dass es sie anpisst, dass jetzt die Leute die günstigsten iFives kaufen und die einfach übertakten. Worst Case wäre, wenn das BCLK-Übertakten mithilfe eines Mikrocodes gesperrt wird und dieser Mikrocode mithilfe von Windows Update eingespielt wird. Ob das technisch möglich ist, ist wiederum die andere Frage. In einem Linux-Update ist Code entdeckt worden, der darauf hinweist, dass es einen AMD Zen-Prozessor mit 32 Kernen geben wird. Außerdem wurde der Ausdruck AMD Zeppelin gefunden, der für einen weiteren Codename der Zen-Architektur hindeuten könnte. AMD Zen basiert auf die MCM, Multi-Chip-Modul. So ein Modul besteht aus vier Kernen, diese teilen sich ein gemeinsam Level-3-Cache, quasi ähnlich wie ein Intel Quad-Core. Zeilen im Code deuten darauf hin, dass ein solcher Chip acht solcher Module haben kann, also 8x4 bedeutet 32 Kerne. Gemeinsam mit SMT, das ist sowas wie Hyper-Threading, hätte man dann 64 Threads. Natürlich wird jedem sofort klar, das muss sich um einen Server-Prozessor handeln. Aber das wäre ein gewaltiger Server-Prozessor, weil Intel hat sowas nicht im Angebot. Da die Leistung pro Tag bei Zen ja drastisch gesteigert wird, kann sich Intel also quasi warm anziehen. Zeppelin könnte der Name der Grafikeinheit sein, die in der CPU verbaut wurde. Bei AMD Zen werden die Server-Prozessoren nämlich auch Grafikeinheiten haben. Microsoft möchte Server unter Wasser betreiben. Das ist ein Projekt von Microsoft, das schon einige Jahre läuft. Sie hatten eine Server-Kapsel im Pazifik versenkt, um das Ganze mal zu testen. Die Kapsel wurde mit mehreren Sensoren versehen, um auch wirklich alles zu testen. Die Ergebnisse übertrafen sogar die Erwartungen. Es gibt natürlich viele Vorteile, wenn man so ein Mini-Rechenzentrum im Meer versenkt. Die Kühlung geht einfach mit Hilfe von Meerwasser. Die Latenz ist geringer, da die Kapsel ja direkt an ein Unterwasser-Glasfaserkabel angeschlossen werden kann. Und mit Hilfe von Meeresströmungen kann man Energie gewinnen. Außerdem soll die Kapsel keine negativen Einflüsse auf die Umwelt haben. Dann gibt es wohl irgendwann in Zukunft auch Rechenzentren unter Wasser. Das war es dann auch mit den Technos wie diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr ja, gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.